Musik 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 Aber ich esse gar nicht Ich hab gegessen Puh Musik Wir hängen die der Misch Oh fuck alter mein Tee Hä? oh fuck Ah ich mach doch etwas Schau mal an das Ding merken so, oh wir haben noch Zeug zu essen Äh Zeug zum Essen in echt Fick Drenee aus Aus. Aus. Warte mal, ich schieße mal die Türen ab. Nicht was zu trinken, oder? Boah, dieser Hotkey, das fuckt mich so ab, ne? Schießt du gerade die Tür ab, Dennis? Ja, ja. Was ist das denn? Pass auf, komm, dann hören wir den auch. So, René, jetzt sag mir noch einmal, irgendwann mal, ich hätte dir nie was gegeben. Ich habe dir trotzdem mehr gegeben, glaube ich. Das ist ja wie ein Buffet hier, Alter. Ja. Ja, schon, aber trotzdem, insgesamt habe ich dir trotzdem mehr gegeben. Trotzdem, denke ich am Arsch. Ja, aber danke. Ich gehe jetzt Fleisch herbraten. Ich gehe jetzt Fleisch herbraten. Fleisch herbraten. Ja, was... Na, dann machen wir. So, ich glaube, ich versuche mal alles in einen Rucksack reinzuschnappen. um die Rucksäcke wegzuschnappen. Ich will alles zu müssen. Ich glaube, das passt gar nicht mehr alles... fast gar nicht mehr Rucksack in den Rucksack. Ja, ne... Doch, das geht noch, aber das wäre sowas von umständlich. Ja, ne, ich meine, die Rucksäcke weg, die wir nicht haben wollen, also was drin ist, das ist aber einfach alles von dem kleinen Rucksack reinzuschnappen. Das ist also mein Rucksack. Ja, die Rucksäcke muss aber leer sein, ne? Ja, die Rucksäcke muss aber leer sein, ne? Worauf geht das denn? Wie hast du den Rucksack jetzt hier hingelegt? Mit weggekommen. Achso, die lernt das hier, ne? Ja, genau. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Dennis, ich bin irgendwie sauer, dass du die AKS gefangen hast. Hey, auf, damit! Hey, auf, damit! Wenn er jetzt Saverwiss hat, der ist, dann erbt das vor, das ist so gut. Nein, 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 wenn Saverwiss hat jetzt das Monze nochmal... Nein, das verliert das bei dir. Das musst du hin, oder? Nein. Doch? Nein! Ich hab das doch schon gesehen, da sind Leute Kessel geworden, da was für Lollisdaten hatten wir halt. Dann war's in der frühen, frühen, äh... So, dich, mein Freund! Erstmal nimmst du meine Schiffe, meine Schwanze. Okay? Hast du auch einen Schlüssel? Klär sie. Ja, oder jetzt habt ihr auch einen Schlüssel. Ja, haben wir das? Ich hab keinen. Und ich hab auch keinen in der Rucksäcke gesehen. Ja, hab ich ja. Du, 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 du hast das in der Hand. Siehst du das? Mach dich los, Alter. Ah, boah, Alter. Sieht aus wie ne Granate. Oh, oh, ey, wie kann ich das abbrechen? Das kann man nicht. Äh, hast du schon den Dings gezogen? Warte, komm mal her, unlock. Ey. Hast du schon das Ding rausgezogen? I'm unable to do that stuff. Geht es eigentlich ne Granate jemanden in den Rucksack zu legen? In den Rucksack zu legen? In den Rucksack zu legen? Ich weiß nicht. Hast du ne Granate im Rucksack, Alter? Hier, legen sie doch. Ich hab die Schlüssel. Oh, die Schlüssel. Ich geh mal die beiden Deckung. Jetzt mach mich wieder los, Alter. Gehäuse, du, Alter. Und nimm mal an, ne? Einmal müsste ich mal... Einmal müsste ich dir... Mal nochmal, sie müsste ich dir... Mal nochmal, sie müsste ich hier einmal so richtig so... die Kniescheibe schließen, Alter. Naci. Ey, mach doch die Tür nicht auf. Jetzt kann ich die Tür wieder abschließen. Das war mich wieder los, Alter. Ohne Witz. Das ist nicht lustig, sonst ist das Kollektiv, Alter. Ja, dann stirbst du. Ja, dann bist du echt stört. Mein Wunder, Alter, dass du jedes Mal stirbst. Hahaha. Oh, mein Gott, Alter. Du bist ne Memme, Junge, echt. Na, du findest das auch nicht lustig. Du mögst doch auch am meisten. Ne, ich weide gerade. Los auch. Aber René, wir machen ja nur Spaß. Ja, voll. Seid ihr vielleicht hier schon? Weg mich. Weg mich. Und zäunen von solchen Mauern. Der ist mauernd. Holt der rum. René hat da nur zwischen den Bäschen mal ein bisschen. Die ein Wichsen oder so. Was ist das denn, so ein bisschen krass? Ich kann ja immer wieder essen. Liegt noch ein Longoidskop. Ja, das hab ich da eigentlich gedacht. Warum? Weil die sind voll ne fette Clan drauf, ne? Mit diesen Gru-Leuten. Guck mal, die sind 6 Mann, Alter. Ja. Die sind ja auch 5 Mann und eine Frau. Ey, du hast sogar ne komplette Medic-Jacke, Alter. Stimmt, die sind doch von mir, ne? Krass, das ist ja noch die von mir damals. Ihr seid da, wo diese LKW ist, ja? Ja. Vielleicht finde ich's nicht mehr. LKW? Achso, ja, der Spawnpunkt. Will jemand Medic werden? Ähm. Ähm. So will ich das? Nein. So will ich das? So will ich das? Nö. Kein Problem ist das. So. Ich will auch nicht. Jetzt geht's wieder. So voll laggy, hier hat er aber den ganzen Blut, ey. Ja. Oh, ey. Das, guck mal wie viel das ist, ne? Auf einem Haufen. Dass sowas überhaupt in einen Typ reinpasst, ne? Oh. Soll ich auch reinpassen. Guck mal, du musst jetzt all das schleppen. Also in echt. Ey, Weta, da ist einer! Da schießt einer! Ich komm von unten. Tötet, die, Tötet, die, Tötet, die. Der hat mich getroffen. Hat mich getroffen. Das hat mich getroffen. Oh, ey. Ich seh die Lagerhalle unten. Oh, bei mir ist alles Ruud. Ja, klasse. Ey. Der hat mich auch erwischt. Schießt hier durch. Weil da steht nicht mehr einer. Weil da steht nicht mehr einer. Freue ich für Schießen. Warte, ich hab Errex gemacht. Ich hab Errex gemacht. Na klar, ich hänge hier den Blut fest. Oh, toll. Wo ist denn hin? Einer, glaube ich. Wie sieht der aus? Ich bin tot. Wie sieht der aus? Wo ist der? Ich hab Leck. Der läuft draußen rum. Keine Ahnung. Der hat uns überhaupt getroffen. Ich steh an der Mauer. Gleich. Ich geh in die Strasse hoch. Der hat eine Payday-Mesker an, glaube ich. Der hat die Tür aufgemacht und hat da reingeschossen. Bist du denn? Ich bin ein bisschen abseits jetzt. Wo die Garagen sind. Ich bin tot. Ich bin an der Mauer. Ich bin an der Mauer. Da, der ist. Da ist er bei der großen roten Halle. Da bin ich auch. Der Steindeckung. Der steht da. Hinten oder? Sto Gras oder wo? Hinten hab ich. Wenn du raus gehst aus der Halle. Direkt. Direkt diese rotes. Das rote Gebäude. Wo der LKW-Frag steht. Ich renne jetzt hinter die Garagen. Ich renne hinten die Mauer lang. Ich hab ne Fraktur. Scheiße. Du lebst wenigstens noch. Ich probierst mich auch mal hier. Auf dem Server sind ja dabei noch 39 Leute drauf. Auf dem Hauptdor. Wisst ihr wo ich bin? Warte kurz. Der Typ. Der hat rote Sachen an oder? Jaja. Ich hab blaue an. Ich hab schwarz. Guck mal. Hättest du vor nicht rum geschossen. Hätte der die Tür nicht aufgemacht. Ach jetzt hört auf mit Schulz Zuweisungen. Ne ohne Witz ich meine. Wir müssen jetzt erstmal jagen. Konzentriert euch Jungs. Ja macht ihr das mal. Ich schlau mal eine Runde. Ich steh hier im Baum und gucke. Ich hab keinen Bock mehr. Voll unvorbereitet. Wer war das? Du warst das. Du warst das. Ich bin das. Du warst rot. Roter Rucksack glaube ich. Oder rotes Oberteil. Ich schlaufe den. Wieso? Ich guck mir den Film mal. Viel Spaß auch immer. Ey, hab ich noch keinen Bock mehr. Tut mir leid René. Was soll ich jetzt machen? Ja, du wieser sowieso nicht. Wenn dann ist das eh was. Wer schießt jetzt? Keiner. Ah, ich bin tot man. Wo, 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 wo? Ich war bei dem roten Haus, wo der Brunnen ist. Ich war bei dem roten Haus, wo der Brunnen ist. Irgendwo da steht der. Ja. Du musst auch rumschießen was, ne? Schön erstmal auf dem Volk selber zu liegen. Ja, hat der Maul, Alter. Er schießt weiter. Oh Mann, gerade jetzt, wo wir das Blut jetzt gemacht haben. Schießt das auch nicht? Nein. Ich hab schon deine Leiche geschossen. Sag mir, wo du genau lebst. Ich? Wo ich liege? Hinter diesem Haus, ne? Ja, rennt da nicht hin. Der steht da irgendwo am roten Haus irgendwo. Oder vielleicht ist er auf den Turm geklettert. Guck mal auf den Turm oder so. Ich stehe am Brack, ne? Der müsste aber, der müsste irgendwo auf dem Boden sein. Der, der Schuss war auf meiner Höhe. Doch und ich wollte hochklettern. Du bist hinterm Haus, ne? Und dann hat er dich abgeguckt. Ja, der an der Mauer. Ich hab so um die Ecke geguckt. Und auf einmal, ich glaub, von der Seite hat er mich erschossen. Äh, Victor, sonst gerne einfach weg. 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 Wenn ich jetzt auch noch wohnen. Das war Schwachsinn. Und, äh, Basti kann doch auch einmal weg. So ein Wichser, Alter. Ich hab, ich hab mit der, mit dem Revolver, habe ich mindestens zweimal getroffen. Und der lebt noch. Und ich hab sechs Kugeln auf den eingeballert, so. Der hat jetzt ne Mosin. Ich weiß nicht. Ja, echt, ne? Dann sind's zwei. Ich hab den, einen hab ich! Der ist mit dem Turm einer. Ja, siehst du doch auch nicht. War das der alleine? Ich weiß nicht, hat er der rote Sachen? Der hatte Payday Maske auf. Ja. Ja. Was hatte der? Auf dem Turm war der. Ja, aber der hatte doch ne Shotgun. Oben auf den Turm, meinst du? Auf den Kamin? Ja, ja. Ich guck da drauf eigentlich. Ich hab den, ich hab den Kopfschuss gegeben. Soll ich zurücklaufen? Ich lauf weiter jetzt jetzt. Mal gucken, was ist passiert. Naja, ich spawn halt mal. Nein. Ich will nicht fliegen. Oh, jetzt ist wieder die Latsche rein bis dahin, ey. Da hatte ich jetzt Nerven, mach ich die jetzt nicht, Alter. Da hab ich auch keinen Nerv zu. Ich zöpfe ich, was anderes. Hast du Bock? Ja. Da ist sowieso alles im Arsch. Kannst du sowieso alles im Arsch? Also, die war zu zweit, sagt dir oder was? Ja, also einer hatte ne Shotgun. Und auf einmal war da einer mit ner Mosin. Hm, vielleicht hat der der zweimal. Vielleicht hat er doch einfach die Mosin von mir genommen. Ah, ja, ok. Er hat mich ungebracht, während ihr alle weggerannt seid. Ja, aber der war nicht in der Halle, weil in der Halle war ich so lange. Ne, du bist auch da direkt einer weggerannt. Das hab ich doch mitgekriegt. Äh. Dann ist er von hinten gekommen und hat mich erschossen. Nochmal. Ich bin mit ner Shotgun, das ist so peinlich. Ah. Oh man, ey. Soll ich deine Sachen irgendwie versuchen rauszulegen, ne? Wo bist du jetzt, Victor? Ich bin im Haust, unter dem Kamin. In der Garage da oder was? Ne. Ja, da wo so nen Tipp mal, wo wir auch geschossen haben, nicht? Der saß so komisch. Ja, ja. In der Garage da. Ja, neben der Garage bin ich. Okay. Wo ich mich immer frage, ganz ehrlich, dumm muss ein Mensch eigentlich sein, wenn da vier Leute stehen oder sowas, da einfach reinzubauen. Der weiß doch, dass ihm das selbst nichts bringt. Der weiß doch, dass er stirbt. Und trotzdem machen wir das. Tja. Das ist dumm. Das macht doch kein Spaß. Das ist auch nicht lustig oder so. Wäre das jetzt ein offenes, vernünftiges Gefecht oder sowas? Weißt du, wo dann irgendwie so drei gegen drei, zwei gegen drei, wo man dann noch eine Chance hat, das zu überleben als anderer Spieler? Dann kann man das ja nachvollziehen, wie man dann erschossen wird. Aber sowas ist ja schwarze. Ja, aber der hat auch weh verkassiert. Oh, einer zum Lund. Einer zum Lund. Hier ist einer bei mir. Ich bin in China Polana gespawnd übrigens. Hm, krass. Ehrlich? Ah, hier. Der hat Beine gebrochen. Boxy tot, wenn er das will. Ja, sag mir das. Ob du fair läufst. Dann werde ich deine Sachen safen. Oh, er ist restart. Aha. Nee, bei mir nicht. Bei dir kommt das bestimmt erst. Jetzt vielleicht. Ah, jetzt. Jetzt, ja. Soviel zum Thema Sachen retten. Scheiße, jetzt habe ich die Türen abgeschlossen. Ist das ein Persistence Server? Ja, aber das bringt ja mit den Leichen nicht. Ich glaube, ja. Was, wie? Das bringt ja den Leichen nicht. Ja. Ich bin hier in der Fabrik. Kann man da rein? Oh, der LKW geht jeden Moment aus. Ich habe noch ein paar hundert Meter vor mir. Ja, das bin ich. Wo soll ich parken? Hier ist die am Ende. Komm hier hin, komm hier hin. Ihr seid zu dritt. Nur mal so. Ich bin dann in der Fabrik. Da ist jemand in der Fabrik. Ja, ich bin das. Ich bin das. So schieb einfach parken, oder was? Ja. Voll jetzt volllaug. Ja, kann man lieber... Geben dir gleich. Ja, wo soll ich hinfahren? Ja, der geht eh jeden Moment aus. Am besten parken ich den doch irgendwo so, wo der nicht so auffällt. Ich verstecke. Scheiße, aber ich stelle den einfach hier hin. Oh, der ist ja richtig laut, Alter. Ich habe die Faktion nicht gesehen. Ah, kein Rückspiegel. Guck mal, hat doch Platz hinter mir. Sieht aus, einer? Ach, egal. Stell mich ab. Ja, perfekt. Und man muss jetzt extra die Tür aufmachen. Damit man aussteigen kann. Ja, so. Und einsteigen auch. Ist eigentlich völliger Quatsch, dass man das machen muss, aber ist trotzdem echt geil. Ja. Ja. So, ich guck mal was ich... Ich hole mir mal ein paar Klamotten. So schnell geht das, ey. Aber geil. Ja. Ja. Ja, da hinten läuft einer. Boden. Wo? Wow. Ich hab ihn, ich hab ihn. Echt jetzt? Hier, komm hier. Komm mal hier, am Baum. Hier, komm mal her. Okay, ich nehm... Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hinter der Fabrik. Zeig mir. Hier, hinter der Fabrik. Auf der anderen Seite hier. Da liegt die Leiche. Tot, 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 tot. Oh, geil. Nice. War das zwei jetzt, oder ist dann nachher irgendeiner? Ja, da ist auch zwei. Zwei, 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 zwei. Da ist noch jemand. Das bist du. Ich wieder. Ich wieder. Ja, ja. Den hab ich also hier, ja? Boah, krass, Alter. Ich glaub, der lebt noch. Nee, den hab ich. Wo ist der? Der schießt? Sind zwei Stück. Hier liegt der. Wo ist der mit der... Ey, der hier lebt noch. Der hier lebt noch. Ich hab ihn angeschossen. Der atmet, warte. Jetzt ist er weg. Oh, okay. Ja, okay. Ich nehm mal die Waffe von dem. Ja, nimm alles von dem. Ja, genau. Ich stand der so dabei. Äh, ziemlich alles so, was man so haben kann. Ja, krass. War gut geschossen, ne? Boah, gut, echt. Das war... Das war echt nice. Ich brauch ne Weste, Mann. Ich schnapp mir seine Weste. Ist zwar alles ruiniert jetzt? Ja, Mann. Wo ist der Film? Naja, ich zieh mir Film rein. Haut rein, Leute. Ich zieh mir Film rein. Ich zieh mir Film rein. Okay. Bis später. Ich komm bis jetzt noch mal Haare bauen, Leute. Okay. Okay. Das ist ein Rucksack, Mann. Dein ganzer Rucksack ist für mich gut. Was ist da für meiner? Kann noch jemand noch decken? Du hast die alle angezogen mit dem LKW. Ich weiß, ich muss kurz irgendein ruhiges Plätzchen wegen Essen trinken. Aber warte mal. Der hat ne Moos in die, will ich auch haben. Entdeck mich, Moos. Boah, der kassiert, der Wichser, Alter. Obwohl. Direkt in seinen Scheißkopf, Alter. Hast du alle beide geknallt oder hab ich einen? Nein. Einer, den zweiten. Hier, der hat noch ein M4. Schalldämpft noch für die M4. Ja. Das stimmt sehr gut. Ah. Ist das, ist das auch ganz? Er wurde. Damaged, aber... Stücke. Ich hab jemanden verletzt, ich hab Selinbex. Das fehlt doch nicht. Nee. Guck mal, die AK liegt noch hier, aber hab ich in der Hand. Ja. Schieß jetzt. Ich geh trotzdem noch mal hier in die, in die... In die... In die... In die... In die... In die... In das Gebäude. Weil hier sind noch Klamotten, die ganz... Ja, hammergeil. Nicht nur, dass ich einen LKW gefunden hab und voll schnell hier war. Nein, jetzt hab ich noch Loot umsonst hier. Kommen noch so zwei Leute. Mit AK. Ja. Ja. Also, äh... PvP sag ich. Dings, ähm... Hardcore. Achso. Ja, und PvP auch ein bisschen. Kleines bisschen. Du brauchst eigentlich Essen auch, ne? Ja. Ja, der Typ hatte. Ah, okay. Wow. Okay, ich mach jetzt mal hier so'n ruiniert Haufen. Wo seid ihr in der, in der Halle? Ich bin in der Fabrik, ja, oben. Komm. Und du, Dennis, in der... In der Halle, wo du gerade so'n Rucksäcke liegen. Ja, ich komm mal hin. Komm, komm, hier. Acht, komm. Musstet ihr den so durchschlöchern? Wen? Den Typen, weil der... Hier ist alles ruiniert, das geh'n. Ja, keine Ahnung, was war die... Oh, wer ein Teddybär dabei gehört? Oh, ihr habt mich hier mit dem Teddybär getötet. Oh, nur noch eine Jacke. Hier sind voll die Unmensch. War hier irgendwo eine Jacke noch? Da ist schon alles gelootet worden jetzt. Sollen wir noch die Sachen von ihm zur Seite legen? Hier wart' ja noch ne Mosin, Alter. Hier wart' schon Leute und hab' auch aussortiert. Ja? Ja, ja. Ja, die Mosin? Ich weiß nicht. Ich hab' die jetzt genommen. Ich glaub' ich behalte... Ich behalte die Acker. Ja. Alles ruiniert. Ja, ich komm rein. Okay. Ja. Spielplatz, ey. Ja. Lutz Himmel. Ich nehm' mir ne Westdeck hier, ne? Anderlecht. Auch mal. Cool. Ja, du wirst echt voll ausgelöstet bis hier, ne? Oh. Ja, ich brauch' noch ne andere Hose und dann geht's. Einen Dosenöffner kann ich nicht haben. Oh, der heißt. Der ist ruiniert, aber kann man immer noch benutzen, ne? Ja, okay, behalte es nicht. Ne, ne, ich hab' einen. Ja. Oh, hier ist, äh... Nehm' ich den Lucksack hier auf? Ja, ich... Ich hab' einen Schuss nicht. Nom, nom, nom. SGS Munition trotzdem. Ja. Den haben nur 13 Schuss, aber... Ne, warte mal, 19. Doch immerhin. 19, was hat er? Danke. Ja, wir sind wieder... Oh, hier hab' ich voll die Lecks. Die haben schießen, die ganzen Gäste. Ach, die haben zuerst geschossen? Ja, der hat angesetzt direkt, aber ich hatte den auch schon beobachtet, der Wichser hatte mich gesehen und dann, ja. Krass. Ich hab ihm eine Chance gegeben, aber der hat mir direkt die Waffe angesetzt, der Wichser. Ja, von Schreck halt, ne? Ja, weiß ich, keine Ahnung. Naja, der wollte dich töten. Fertig. Soll ich die Tür abzumachen oder verschwinden wir von hier? Ja, mach mal hier die Seite zu, hier. Ja, komm, was ich mache. Ach so, warte, ich muss doch hier. Ich hab auch andere Klamotten. Ich hab alle Beine. Jetzt hab ich die Mosin auf. Scheiße, wo ist die Waffe hin? Wo ist meine Waffe? Gibt die keine Hose mehr? Ja. Oßer diese hässliche hier. Ja, ich hab's. Ja, leider. Hier ist noch eine Mosin. Haben die noch was zu essen? Ja, hier, essen. Äh, essen brauch ich selber, ne? Nein, muss. Und das was. Hallo? Okay. Okay. Ja. Boah, für Wannszeug schon. Ah. Die Mosin braucht keiner hier, oder? Was? Dann nehme ich die nämlich noch. Die Mosin. Hm. Boah, die Weste ist doch viel cooler. Die möchte ich haben. Ist doch größer. Jawoll. Geil, ja. Boah, wer ist hier am Nachladen? Was geht das? Ja, ich. Ja, dann kann man los, ne? Ja, nicht, dass wir da jetzt rausfallen in dem Schloss. Aber so viele Sachen bleiben hier liegen. Von Magazinen nehme ich noch mit. Wenn das klappt. Können wir dich ein bisschen hier Ausschau halten? Hier oben, von der Halle hier oben. Kann man auch. Hm? Ja. Ihr habt ja jetzt Mosin, Muttschuss habt ihr auch, oder? Ja. Hier kann man auch voll gut in die Military Base rein. Gucken. Okay, lass mich mal ein bisschen vorbei. Dann stelle ich mich ins andere Fenster. Hier wurden wir doch schon mal überfallen. Da war hier einer. Da war hier einer drin. Wie ist denn die Garage, Mann? Mit der Kamm von der Military Base. Kann ich auf jemanden hier schießen? Durch das Glas? Ja, ja. Geht. Also wenn da einer an den Garagen ist. Also soweit ich weiß, geht das. Türen abgeschlossen? Ja. Gut. Ja. 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 Das wird hierher stecken. Vor uns schieben. Irgendwie in den Hof. Ja. Das traue ich mir jetzt nicht zu. Verdammt. Ich bin schon hungrig und durstig. Zerlinbeck gebe ich dir, das hört auf. Lass mich wenigstens. Echt? Geht das dann besser, ja? Also geht mir dann besser? Ja. Hi, was geht ab? Fein machst du das. Hm. Ich denke, was du von tollst. Ja. Warte kurz, der Server leckt, glaube ich. Ja, weil ich hier so viele Sachen rummuele. Wieso habe ich jetzt die Säge bekommen? Du hast hier Ducktape mit 0%. Hast du eigentlich noch die Pistole? Nee, die bin ich bin ja gestorben. Da war die mit bei. Ey, ist ja noch ein Zerlinbeck. Da war ein Schwein. Ja. Ja, diesen einen Typen oben auf dem Turm, so, den wollte ich nicht ausziehen, Alter, weil das war viel zu riskant, der Freak, ey. Wer hat gesplittet? Wer hat gesplittet? Ja. Wer hat gesplittet? Ja. Ja. Könnte ja echt sein, dass er ja kurz mitten merkt, dass er einen Schuss hat, ne? Wie weit hört man das Splittner? Wie weit hört man das Splittner? Kann das sein, dass der bei den Leichen hinten ist? Achso. Wo sind die eigentlich? War das soweit? Ja, die sind um die Fabrik rum, ne? Wenn dann... Ja, und die Garagen sind doch interessant für die Gegner. Ja. Ja, hier sehe ich ja alles. Achso. Boah, ich muss voll dringend aufs Klo. Ja, dann musst du da oben hin. Stell dich da oben ins Gebäude. Ja, da sind Bugs. Es waren gerade bestimmt zwei Bugs aufeinander. Ich kann, glaube ich, nicht an euch vorbei. Wo ist denn der Viktor? Ach, da. Krass, hat er sich gar nicht. Ich, ja. Umagenten halten. Aber gut, wir haben ein schnelles Feuergewehr, ne? Oder wie viel in der jetzt? Zwei, ne? Schuss? Ich hab jetzt die Mosin in der Hand. Hey. Ich kann doch die AK nehmen. Was? Wo? Wo? Hast ne Pistole, hat grad jemand nen Schuss abgegeben. Das ist eure Richtung. Das ist schon weiter weg gewesen, aber ich hab echt nen Schuss gehört. In welcher Richtung? Lass mich mal mit hier hoch. Ich weiß das nicht. Mal bitte durch. Oder, geht das? Okay. Ach, der LKW steht ja auch noch hier, ne? Ja, Mann. Hier wird's schon was gehen. Und wir hätten LKW natürlich. Scheiße, wenn wir das Sprit hätten, wär voll geil gewesen, Mann. Ach, und, ne, 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 wenn nicht, wir sind ja zu dritt. Der eine Astrid hinterher. Ja. Also ob, ich weiß ja nicht mehr. Du. Ja, ich lauke ja gern. Pass schon. Lauf mal nicht ganz auf die Metall. Ja, hast du. Mach nur so ganz kleine Bewegungen, wenn du überhaupt. Ich halte euch den Rücken frei, wenn wir so. Boah, wer ist da jetzt auf der Mauer? Der glitscht da vor dem Haus rum. Oh nein! Meine Beine sind gebrochen. Du bist aus dem Haus raus. Ne, ich bin doch hier oben. Ne, ne. Ich krieche hier noch auf dem Ding drauf. Ah, jetzt weiß ich auch vorher, dieser Bug kommt. Mit dem Bände brischen. Oh Mann. Ist er wieder oben? Ja, ich krabbel da drunter. Warte mal. Du bist dann hier. Ich bin tot. Ja, du bist draußen. What the fuck? Ach Gott, ey. Wie, du bist tot? Ja, Daisy heißt, ne. Kommt da runter wieder. Ja. Moment. Jetzt bestimmt auch alles ruiniert. Ja, ich hab gar Bock mehr. Herr Viktor, Viktor. Ja, du liegst hier. Teilt euch das Lot auf und ich hab gar Bock. Weißt du, so ein Glück gehabt und dann alles versaut. Durch einen Bug. Ist da jemand, sagst du? Ich nehm deine AK, ne, in die Hand. Und deine Dings hab ich auch. Bedient euch. Euer Loot. Ich will's nicht. Ich weiß, was wir jetzt machen. Wir nehmen so viele Sachen wie es geht, schnappen uns den Wagen. Ich mach jetzt kurz zu, damit wir das durchplanen. Nein, 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 nein. Den Wagen nicht gar nicht rein. Der ist eh schon leer. Ja, aber wir versuchen es. Soweit wir kommen. Alter, jetzt liegst du hier genau am Weg. Ich komm nicht durch. Warte mal. Du musst unbedingt nicht durchkriechen. Der geht um. Brescht euch nicht die Weine. Ich kann nicht durch. Ich kann nicht durch. Ich kann nicht durch. Geh durch. Rückwärts. Du musst kriechen und rückwärts. Rückwärts. Irgendwie dort geduckte Stellen. Ah, weil die Tür da ist. Wenn ich die Tür zumache, dann geht's. Äh? Ich mach die Tür wieder. Was für ein Scheiß, Mann. Ich hab nur gesehen, dass wir da draußen noch haben. Du musst warten, bis die Leiche weg ist. Du musst warten, bis die Leiche weg ist. Mach mich mal nicht verrückt mit den Türen hier auf und zu. Ja, ich muss jetzt ihn reinholen. Seine Sachen kurz. Der liegt doch hier oben. Nein, der liegt hier unten. Oh Mann. Dieses Spiel. Der ist doch hier oben gelootet gerade. Ah, jetzt lege ich die MP raus. Und wenn jetzt so wie es das ist, dann ist es scheiße. Ich glaub, das liegt einfach nur an der Server Performance. Das ist das einzige, was logisch klingt. Desync. Die fällt durch den Boden. Brächtig die Beine. Ich kann deine Sachen nicht aufnehmen. Du liegst jetzt genauso im Weg, als ich dich durch kann, Alter. Wieso kann ich deine Sachen nicht aufnehmen? Oh, entschuldigung. Ich wollte mich eigentlich so sterben legen, dass ihr beide nicht an mir vorbei könnt. Aber naja. Ich kann deine Sachen nicht aufnehmen. Eigentlich liegst du da, aber ich sehe nicht, dass du da liegst. Oder du liegst, glaub ich, irgendwo anders. Ja, du liegst hier oben, sagst du doch. Ja, aber ich bin oben gestorben. Dreck vor der Leiter. Äh, vor der Treppe meine ich. Ach du Scheiße, der Rucksack ist kaputt. Ich kann ihn deswegen nicht aufnehmen. Ich hab einen Schraub. Ich will nämlich den. Scheiße. Bleiben die Leichen. Zehn Minuten. Ich kann die Sachen auch nicht irgendwo zur Seite nehmen. Kannst du die Sachen zur Seite legen? Aus der Leiche? Ja. Ja, dann mach mal. Einfach nur drauf gehen und dann zur Seite schicken. Ich zieh alles ab. Hast du schon gemacht? Jetzt bin ich dabei. Ja, und das geht bei mir dann. So, jetzt ist alles ab. Machst du die Tür auf wieder? Ja, okay. Ich sehe ihn, da ist nackt. Geht euch um, wenn ihr mich flutet. Warum? Weil ich ne Frau bin. Naja, du liegst schon hier breitweinig Frau mir. Aha. Dann guck weg. Und ne Wasserflasch. Ja, wie soll das jetzt gehen? Sollen wir den Wagen und snappen? Sollen wir den Wagen und snappen? Ja, wie wollt ihr das machen? Der Sprit reicht nicht mehr für 100 Meter. Naja, ich fahr hier nicht weg, der ist zu laut. Da kamen direkt zwei Gegner. Ja, aber das Gute ist, da drin seid ihr sicher. Da kann man nicht reinschießen, soweit ich weiß. Mich hat schon mal ein Hacker versucht, da rauszuschießen. Keine Chance. Ja, aber da ist eh nicht mehr viel. Ja, das ist das Problem. Ja, dann zeig, wo du ungefähr bist. Ich? Ja. Ich hab dir sie ausgemacht. Ich hab keinen Bock mehr. Ich glaub, der jetzt nicht wieder bis dahin so, da noch ohne LKW. Die sich jetzt mal da blenden. Hey, magst du so? Aha, das ist ein anderes Fahrer dann. Regulär. Hey, dann pass mal hier auf, dann logge ich mich hier aus. Und dann? Gehst du was anderes zocken? Ja, wahrscheinlich. Oder regulär. Ja, ich nehm mal die Mosen mit. Und hier auch von mir. Ja. 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 Ich Bibel. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020